Die Bayern wieder in München. Nach dem 1 zu 0 in Zürich, viel Verantwortlichen und Spielern gleichermaßen. Ein Stein vom Herzen. Ja, große Erleichterung natürlich und der FC Bayern gehört einfach in die Champions League. Wobei, der Sieg gegen die Schweizer nur ein kleiner Aufgalopp. Nun stehen schwerere Brocken an. AC Mailand, Manchester City oder der FC Valencia, so könnten die nächsten Gegner heißen. Es wird natürlich schwer, aber es ist egal, welche Mannschaft dort auf uns trifft, das ist eine Pflicht für uns. Und die gilt es bestmöglich zu erfüllen. Wunschgegner? Nee, eigentlich nicht. Wir sind froh, dass wir in Top 1 sind. Das ist immer wichtig und dann hat man leichtere Gegner, in Anführungsstrichen, aber auch die muss man erstmal schlagen. Kleiner Trost. Gegen Gegner à la FC Barcelona geht es erst nach der Gruppenphase. Das wird dann wohl nicht so ein Kinderspiel wie gegen die Züricher.